Moin moin, ich bin's, euer Flatti. In Hamburg herrscht gerade ein Sturm oder Orkan oder wie das auch jetzt immer genannt wird. Für mich ist das auf jeden Fall nur ein bisschen Wind und ich werde gleich bei diesem Sturm nach draußen gehen. Ihr seht ja, ich bin ja schon passend angezogen, mehr oder weniger, aber nicht passend genug, denn es regnet ja gerade auch noch wie aus Kübeln draußen. Und aus diesem Grund passe ich meine winterliche Kleidung noch ein bisschen mehr an. Und zwar mit einer Mülltüte. Ich mach jetzt die Mülltüte auf. Das ist eine 120 Liter Mülltüte. Jetzt als nächstes mach ich ein Loch in der Mitte. Und nun ziehst sie mir über den Kopf. Jetzt noch an den Seiten Löcher reinmachen, damit die Arme durchkommen. So. Und nun bin ich perfekt gerüstet für den Sturm. Jetzt kann mir der Regen nichts mehr anhaben. Und meine Kleidung bleibt größtenteils trocken. So. Das war's jetzt mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat dieses informative Kurzvideo gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.